In Kombination mit einer Wärmebildkamera, einer digitalen Tag- und Nachtkamera, einem IR-Strahler und einem Laserentfernungsmesser soll das HIG-Mikro-Habrock nahezu alle Tages- und Nachtjagden abdecken. Die Haptik des HIG-Mikro-Habrock kommt einem klassischen Fernklass wirklich sehr nahe und auch die kompakten Maße können wirklich überzeugen. Das robuste Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung fühlt sich ebenso äußerst wertig an und lässt keine Wünsche offen. Auf der Vorderseite finden wir die Linse für den digitalen Kanal, die Linse für den Wärmebildkanal, den IR-Strahler und den Laserentfernungsmesser. Auf der Oberseite finden sich sechs gummierte Tasten, welche die Steuerung des Habrock ermöglichen. Die Tasten sind deutlich vom Gehäuse abgesetzt und ergonomisch gut platziert. Bei sechs Tasten erfordert es etwas Übung, bis die Bedienung verinnerlicht ist. Der Augenabstand der Okulare lässt sich von 60 bis 70 mm einstellen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Zur Dioptrien-Einstellung dienen die Drehringe an den Okularen. Den Abschluss der Okulare bildet jeweils eine Gummiblende. Das Einblickverhalten mit Brille ging für uns in Ordnung. Die beiden Objektive werden von Gummiabdeckkappen geschützt, welche auch abgenommen werden können. Der Wärmebildkanal und der digitale Nachtsichtkanal haben eine eigene Scharfeinstellung, welche durch einen Drehring eingestellt wird. Auch der IR-Strahler kann anhand eines Drehrings fokussiert werden. Auf der Unterseite finden sich die beiden Akkufächer, ein USB-Typ-C-Anschluss und ein Stativgewinde. Das Harbrock nutzt wie viele der HIG-Mikrogeräte auswechselbare 18650 Akkus, was sehr erfreulich ist. Anhand der zwei Akkus kann eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden erreicht werden, was jedoch temperaturabhängig ist. Im Lieferumfang findet ihr zusätzlich die entsprechende Ladestation. Die Akkufächer sind nahezu identisch mit denen des HIG-Mikro-Felken, was einen sehr schnellen Akkuwechsel ermöglicht. Auch können die Akkufächer anhand eines Schiebers verriegelt werden. Eine Stativaufnahme findet sich ebenfalls im Lieferumfang. Diese wird in das Stativgewinde unterhalb des USB-Typ-C-Anschlusses eingeschraubt. So könnt ihr das Gerät auch mit einem Kugelkopf auf einem Stativ befestigen für absolut Wackelfreies beobachten. Der Laser Rangefinder misst Entfernungen bis 1000 Meter und es ist generell immer von Vorteil, die Entfernung zum Ziel genau zu kennen. Mit dem Harbrock ist dies also auch kein Problem. Natürlich waren wir mit dem Harbrock auch im Revier unterwegs, um euch die optische Leistung und auch das Seefeld näher zu bringen. Wie immer nutzen wir unser Keiler 3D-Target, um euch das Seefeld auf 50, 100, 200 und 300 Meter zu präsentieren. Wir haben beide Kanäle aufgeteilt, wobei links der Wärmebildkanal und rechts der digitale Kanal abgebildet wird. Starten wir also bei der Entfernung von 50 Metern. Den Wärmebildkanal solltet ihr bei diesen Aufnahmen nicht zu sehr auf die optische Leistung des Gerätes beziehen, weil es sich um einen Dummy handelt, der keine Körperwärme abgibt oder eine Feldstruktur aufweist. Hier nun auf 100 Meter, bei der HIG Mikro für den Wärmebildkanal 22 Meter und für den digitalen Kanal 24,4 Meter Seefeld angibt. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Unterschied sehr marginal. Auf 200 Meter ist der Keiler noch deutlich als Schwarzwild mit dem Wärmebildkanal anzusprechen. Auch auf 300 Meter ist deutlich die Kontur einer Sau zu erkennen. Wenn wir uns nochmal das Seefeld betrachten, sind auch auf 300 Meter die Unterschiede geringfügig. Natürlich kennt ihr das Haarbrock auch als Fernglas am Tage nutzen. Hier der Keiler auf 100 Meter und einer 2,9-fachen Grundvergrößerung. Rein optisch ein gutes Bild mit schönen Kontrasten. Jetzt können wir das Ganze natürlich digital vergrößern, um näher an unser Ziel heranzukommen und somit mehr Details zu erkennen. Bei 5,8-facher Vergrößerung werden nochmals mehr Details sichtbar, besonders wenn wir uns das Haupt betrachten. Leichte Einbußen in der Bildqualität sind aber erkennbar. Bei 11,6-facher Vergrößerung fängt das Bild an deutlich aufzupixeln und es entsteht eine Art Comic-Effekt. Auch das Haarbrock jetzt freihändig ruhig zu halten, fällt immer schwerer. Mit 23,2-facher Vergrößerung verliert das Bild massiv an Qualität und der Comic-Effekt verstärkt sich nochmals. Ein ruhiges Beobachten-Freihand wird nahezu unmöglich. Der Wärmebildkanal bietet natürlich mehrere Farbmodi. Ihr könnt euch auch eine personalisierte Farbpalette mit euren bevorzugten Modis anlegen. Das erspart euch dann das ständige Durchklicken. Hier seht ihr Rehwild auf etwa 300 Meter in White-Hot und kühler Farbgebung. Um die Augen bei längerer Beobachtung etwas zu schonen, bietet das Haarbrock die Möglichkeit einer warmen Farbgebung. Diese wirkt sich wie zu sehen besonders auf den Kontrast der Wärmesignatur aus. Das Ganze könnt ihr im Menü unter einem separaten Punkt einstellen. Ein weiteres Stück Rehwild, bei dem wir nun die exakte Entfernung anhand des Entfernungsmessers bestimmen wollen. Das Haarbrock misst im Scan-Modus. Es wird also über einen zuvor im Menü festgelegten Zeitraum eine kontinuierliche Messung durchgeführt und das Ergebnis rechts oben ausgegeben. So erhaltet ihr über die Zeit einen ziemlich exakten Messwert, falls ihr das Gerät nicht ganz ruhig hält oder sich das Stück bewegt. Bei diesem Stück Rehwild und dem Fuchs wird das Ganze nochmals verdeutlicht. Der Fuchs mäuselte nach dieser Aufnahme noch ein wenig und war auch ziemlich erfolgreich. Achtet in der nächsten Aufnahme auf den Strommast. Rechts daneben seht ihr kurzzeitig die Wärmesignatur einer Maus, die sich daraufhin versteckt, weil sie die drohende Gefahr des Fuchses wohl wahrnimmt. Der Fuchs war jedoch auf der Hut und die Maus segnete damit das Zeitliche. Ein Beispiel für die maximale Detektionsreichweite des Haarbrock, welche vom Hersteller mit 1800 Metern angegeben wird. Hier stehen, wenn ich richtig gezählt habe, 16 Stücke Rehwild auf der Fläche. Ich wollte die Entfernung zum Mittelpunkt der Stücke messen, doch der Entfernungsmesser zeigte nur eine rote Linie, was bedeutet, die Entfernung ist über dem maximalen Messwert von 1000 Meter. Also griff ich die Entfernung weiter unten ab und kam bei der Kuppe auf ziemlich genau 1000 Meter. Die Stücke standen also im Mittel auf etwa 1500 Metern. Somit ist die Angabe der 1800 Meter von Heckmikro als realistisch anzusehen. Wieder Rehwild auf exakt 88 Metern. Nun wechseln wir aus dem Wärmebildkanal auf den digitalen Nachtsichtkanal mit eingeschaltetem IR-Strahler. Bis zu einer Entfernung von 100 Meter lässt sich damit wirklich gut arbeiten. Auf höhere Distanzen wird das Ganze dann natürlich zunehmend schlechter. Bei 5,8-Fahrer Vergrößerung pixelt das Bild zwar auf, ist aber definitiv noch brauchbar. Das Heckmikro Habrock ist wirklich ein extrem vielseitiges Gerät, welches tatsächlich nahezu alle Tages- und Nachtjagden abdeckt. Es ist äußerst kompakt und die Haptik kommt einem echten Fernglass wirklich sehr nahe. Der Wärmebildkanal überzeugt mit sehr guter Leistung und auch das Seefeld geht voll in Ordnung. Der Nachtsichtkanal ist bis 100 Meter sehr gut zu gebrauchen und kann unter Umständen äußerst nützlich bei der genauen Ansprache der Stücke sein. Das Habrock als Fernglass für die Tagesjagd zu benutzen, ist ebenso ein nützliches Ausstattungsmerkmal. Jedoch kommt es natürlich nicht an die Abbildungsleistung eines echten Fernglasses heran. Digital vergrößert werden solche Dinge wie die Rosen oder die Perlung eines Gehirns mit zu wenig Details abgebildet, was die Ansprache erschwert. Der Entfernungsmesser konnte in der Praxis absolut überzeugen und kompletiert dadurch das multifunktionale Konzept des Habrock. Die Steuerung erfordert definitiv etwas Übung. Zählen wir zusammen, kommen wir auf 10 Elemente, an denen Funktionen oder Einstellungen vorgenommen werden können. Auch wir mussten uns erst etwas an das Habrock gewöhnen, konnten aber nach einiger Zeit gut damit umgehen. Auch der Betrieb mit den 18650 Akkus ist sehr erfreulich. Sie liefern eine gute Laufzeit, sind kostengünstig und zudem weisen sie kompakte Abmessungen auf. So finden Ersatzakkus spielend im Jagdrucksack oder gar in der Hosentasche Platz. Insgesamt konnte das Habrock in der Praxis wirklich überzeugen und auch der Preis von derzeit 3499 Euro für die HQ35 LN Version ist absolut fair. Falls euch weitere Fragen zum Hick-Mikro-Habrock auf der Seele brennen, könnt ihr euch natürlich wie immer gerne an uns wenden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute für die kommende Zeit und ein kräftiges Weidmannsheil. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute für die Kommende.